Hallöchen! Ähm, hallo? Und herzlich willkommen bei GTA Online in einer neuen Session, wo wir uns fest vorgenommen haben, mal ein bisschen Geld zu verdienen, statt immer nur alles zu verlieren. Und ich glaube, Heidel Traut kommt mit dem Helikop... Heidel, hol mich mit dem Heli ab! Heidel! Ich wollte euch ja unbedingt noch meine geilen Sonnenbrillen zeigen hier. Hab ich ja völlig vergessen. Guck mal, was ich für tolle Sonnenbrillen... Ach, Alter, ich hau ab! Jetzt fängt er wieder mit den Sonnenbrillen an! Ich geh weg, Alter, ich kann das nicht mehr tragen! Ich pack witzig das Handy aus und mach keine Bilder, bitte! Ich geh mal nie hier heute! Guck mal, was ich für schöne T-Shirts habe! Ich hab mir neue Socken gekauft! Guck mal hier! Hey, meine Socken sind voll schön, ja? Die hab ich selbst gestrickt! So! Die Frage ist nur, wie verdient man Geld in GTA Online? Sag du noch mal was gegen meine Socken! Walle, hör auf mit dem Scheiß! Sorry! Was war so schön zu dieser Spruch! Geil! Geil! Ich bin dafür, dass wir jetzt Mission machen und für eine Mission braucht man ja auch ein passendes Fahrzeug. Und ich hab ein passendes Fahrzeug für eine Mission, Leute! Jetzt mal ernsthaft! Okay, cool! Bist du jetzt sauer auf mich, Erik! Ne, ich bin nur angenervt, weil ich insgesamt schon 75 beschissene 1000 Dollar verloren habe! Ey, ich hätte das jetzt grad hier in dem Transport... Ich wollte eigentlich ein Apartment kaufen in der Folge, weißt du, und das ist halt ein bisschen ätzend gerade! Und wir haben abgesprochen, wir machen es nicht mehr und du fängst gleich wieder damit an! Nervt halt auf Dauer echt! Aber du hast was gegen meine Socken gesagt! Deine Socken sind ja auch scheiße! Komm, spring rein, Tobi! Was wollt ihr denn machen? Ich hab keine Ahnung! Tobi, putzt doch mal das Dach mit der Zunge! Wir sind das A-Team! Wir holen mal den mal ab! Was, schwarzen? Ich hab gesagt, da brauchen wir aber noch einen schwarzen! Was? Ja, Mr. Tee, Alter! Wir brauchen noch Mr. Tee! Den holen wir jetzt! Einen schwarzen, hast du gerade gesagt! Wir haben den Gron! Du meinst, ein Maximalpigmentierter, wenn ich bitten darf! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert! Ja, wo ist denn der Gregor? Wo fährt der' denn hin? Ich hole jetzt ne Karre und verkauf die erstmal! Können wir mal die Wägen hier verkaufen? Wie kann der' man den Wägen her verkaufen? Spiel mal schon wieder... Ja, ich spiel doch schon wieder Ewigkeiten! Ja dann fahr doch mal zum Gregor! Ja, oder komm, Tobi hat doch ne Co-Ammission! Dann machen wir das mal! Ja, aber verkauf doch auch schnell mal ne Karre! Das ist doch echt sinnvoll! Wir haben ja dann so viel Geld verloren! Ich glaub, die Stunde ist aber noch nicht rum, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt letzte Folge wieder aufgenommen haben. Nee, die ist noch nicht rum. Komm, Tobi, starte mal die Missionen. Kommen wir mal alle da rein. Welche wollt ihr denn? Von Lamar oder von Geralt? Mal vom Geralt. Asamor. Vom Geralt. Kannst du eigentlich Kölsch, Saratza? Ja, ein bisschen schon. Sag mal einen Kölsch, einen Satz, komm. Mach die Bordstor, Junge. Das heißt übrigens, leg die Hand auf die Puppertze. Wird so in schwulen Clubs gesagt. Der Lenker Mädchen. Warte mal. Ich muss jetzt mal gerade hier... Was wollte ich eigentlich machen? Genau. Kölsch reden. Nee, ich wollte ab was vor. Kölsch trinken. So, aus aktueller Sitzung. Einladen. Hallo. Gewalt Sammel Übernahme. Wie kann man nochmal schnell beitreten? Wie ging das nochmal? Nee, du musst jetzt über das Handy und dann Jobs musst du die Einladung annehmen. Ja, ja, aber man konnte auch schnell beitreten. Wie kann ich denn jetzt was überweisen? Wenn ich dem Gronkh zum Beispiel jetzt 500 überweisen will... Ach, scheiße, scheiß drauf, Alter. Das ist egal. Es geht ja nicht um die 500. Es geht nur darum, dass wir 75.000 rausgetan haben inzwischen schon. Ja, also die meisten hast du der Ameise zu verdanken. Ja, ja, trotzdem. Das ändert ja nichts daran. Ich hab jetzt... Alter, ich hab nur noch 8.000 Dollar. Das ist so traurig eigentlich. Ich hab nur noch 4. Okay, komm, Leute. Jetzt machen wir Missionen mal hier. Warte mal, das ist ja eine geile Schüssel da vorne. Auch richtig fett. Du hast noch 30 Sekunden. Wir machen jetzt Missionen. Darf ich mitmachen? Wie denn? Du musst ja... Ah, ich war im Überweisungsmenü. Sorry. Du musst die Einladung annehmen über das Handy. Ich bin dabei. Sehr gut. Ja, der Sarraza ist auch dabei, meine Damen und Herren. Los geht's. Los geht's. Was machen wir überhaupt tun? Nein, hey du Depp. Ach, Koks. Hey du Depp, ich hab da was für dich, wenn du interessiert bist. Koks ist das wieder. Du kannst dich anfangs was vielleicht noch ändern. Die Lost for Ticken Koks. Unten im was? Menü. Joby, das war zu schnell. Mal wieder. Es ging los. Ich konnte das nicht ändern. Oh, schönes Auto. Ja, der Heideltraut fährt. Oh, meiner ist auch hier am Start. Heideltraut? Mein Auto, Heidi. Heidi? Wo seid ihr denn? Achso, mein Auto steht... Ne, wo ist denn mein Auto? Warte mal, da steht der Gelbe. Ist doch jetzt egal, Alter. Jetzt steig doch ein und fahren mal. Ja. Warte mal, warte mal. Ich will nicht mit dem Van hier fahren. Da bin ich ja Stunden unterwegs. Bring mal Heidi rein, weil hier sind nur zwei Sitzer. Genau. Mein Auto nimmt er nicht. Du hast doch eine geile Karre, Alter. Muss man mal sagen. Das ist echt ein geiler Wagen. Das ist Bumblebee. Aber der hat nichts gek... Ich hab den so gefunden. Der hat nichts gekostet. Der Chevrolet Camaro. Ja, der ist extrem krass auf jeden Fall. Das sieht ein bisschen aus wie eine Banane. Warte mal, wir müssen hier rum. Danke. Wettrennen, wer zuerst da ist. Ich glaub, Tobis ist noch eine Ecke schneller. Ja, auf jeden Fall. Ist der getunet von Tobi? Dringel ihn ab, dringel ihn ab, dringel ihn ab. Dringel ihn ab, dringel ihn ab. Ich hab nur Lackierung gemacht gehabt. Ist nice, sieht cool aus. Aber ich muss sagen, vom Gronk der Wagen ist auch Hammer der Weiße. Finde ich echt jetzt. Er schnurrt auf ihn, Kätzchen. Lässt sich super steuern. So, los geht's. Leute, wir holen die wieder ein hier. Never. Alter. Ja, wir holen die wieder ein. Nee, ist schon ganz souverän gerade eigentlich. Ja, der Saraz hat es auch. Ich konzentriere mich mal ausnahmsweise beim Autofahren. Echt? Nicht reden, fahr, fahr, fahr. Lass die beiden anderen quatschen. Mach die Silvie von Kölsch, bitte. Oh, muss man hier schon bremsen? Ja, muss man hier abbiegen? Danke für die Bremsung. Aber warte noch, warte noch. Nicht da hinfahren, Dennis, nicht da hinfahren. Stopp. Ja, jetzt hier raussteigen. Dann nochmal Waffen kontrollieren. Waffen kontrollieren, ob ihr auch die richtige aktiviert habt. Habt ihr alle eine Schutzweste, Jungs? Ich weiß auch gar nicht, was wir hier jetzt machen müssen. Vorsicht, nicht einfach rein. Schutzweste, oh. Wieso, warte mal, ganz kurz. Wir geben jetzt einen Drogendeal. Warte mal, Schutzweste muss ich gerade ganz, ganz kurz nochmal. Oh, hallo, du geile Uschi. Wo ist meine Schutzweste? Hä? Hä? Da vorne. Nimm dein Ding aus meinem Gesicht. Inventar. Mein Ding Dong. Du hast die doch an, Alter, die Schutzweste. Ja, ich hab sie gerade angezogen erst mal. Die hatte ich noch nicht angezogen. So. Guck mal hier. Guck mal hier, Freunde. Guck mal hier. Der Wichster ist wieder unterwegs. Ey, sollen wir die einfach wegballern? Nein, 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 lass erst mal hingehen. Müssen wir da hinten nicht in dieses Dings rein, in dieses Gelbe? Ja, hier ist überhaupt niemand. Müssen wir, wir müssen erst das aktivieren. Wir geben dich zum Drogendeal. Abo! Entschuldigung. Der Grund hat geschossen. Der Grund hat geschossen. Alter, alter, alter. Warum hast du geschossen, Alter? Ich wollte mich überstecken. Der Held ist tot. Der Held ist down. Okay, wir haben keine Teamleben mehr. Wer jetzt stirbt, muss zugucken. Ja, danke. Wer hat geschossen? Äh, Walle. Nein, definitiv nicht. Ich komme zur Unterstützung, Kinas. Der versucht das nur einmal auf mich zu schieben. Ähm, ich trau mich hier gar nicht aus der Decke raus gerade, ey. Warte, warte, den einen kriege ich, den einen kriege ich. Warte mal, ich habe Granaten, warte. Nein, genau, jetzt nachladen. Vorsicht, Heidlfraut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also da sind aber viele. Der ist weg. Alter, ich muss auch mal näher ran. Oh, schön. Steh das Koks, los. Steh das Koks. 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 Vorsicht, das sind alle. Warte, 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 warte. Da ist noch einer, passt auf. Alter, der hat mich erwischt von der Seite, der Penner. Komme ich nicht aus dem Faktson raus? Vorsicht, Ronk, den kriegst du. Den musst du nicht starten, der ist direkt hinter. Warte, warte, warte. Warte, hier sind noch mehrere. Shit. Oh, scheiße, mich hat er erwischt. Auf der rechten Seite auch. 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 Du bist umzingelt, Alter. Keine Leben mehr. Einer down, einer down. Sehr gut, den müssen wir erledigen. Okay, wir gucken den Jungs mal zu. Könnt ihr mal jetzt? Er ist weg. Super, warte. Warte. Spiel das Koks. Wir sehen, wir kommen hier nicht raus. Das ist besonders. Hier ist noch einer. Da sind noch voll viele, Alter. Voll viele, echt? Ich will mitspielen. Ich habe nur zwei auf dem Radar. Okay, Playmassive ist auch am verstecken. Wir gucken, was der Turbinator macht. Ich komme hier nicht aus dem scheiß Zaun raus. Das ist unfassbar. Ich bin gefangen, Alter. Ich komme hier nicht weg. Der ist down. Alter, ich bin nicht an die Deckung. Boah, da bist du elegant rübergesprungen, Robi. Elegant. Wo ist denn? So, der ist down. Sehr geil gemacht. Und jetzt ist da einer versteckt sich noch dahinter. Ja, erledigt. Ach, der hat noch gelebt. Ja, ich habe den erledigt. Okay, wir sehen hier gerade den Gronkh. Okay, du hast das Koks. Warte, warte, wo ist das Koks? Das musste genau hier sein. Du hast das doch eben aufgenommen, oder? Nein, nein, das war Geld. Hier ist Koks. Okay, am besten auf die Motorräder und weg, weil die kommen jetzt wahrscheinlich. Auf Motorrädern bin ich ein Superfahrer, übrigens. Ja, wir beobachten nicht gerade. Tobi, was ist los? Okay, da kommen wir hier noch an. Wow, 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 wow. Wer hat denn das Koks? Der Gronkh? Ich habe das Koks. Ich habe das Koks. Ich habe das Koks. Was aber geil ist. Was aber geil ist, der Mann mit dem Koks. Ja, ich habe das Koks. Ich habe das Koks. Bist du weg? Ja, so. Er hat das Koks. Also, ich bin abgehauen jetzt hier. Ich auch, ich auch. Ich freue jetzt, probiere dem Gronkh zu folgen, irgendwie. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, was? Ja, ja, mein Junge, das weiß ich, ja. Das ging ja noch, ne? So, ist das hier? Nee, das ist hier doch. Ja, war ja nicht das Koks. So, da war's. Oh, scheiße. So, hier sehen wir, Gronkh übergibt das Koks. So, Mission komplett bestanden. Koksikoksie. Ja, ich bin der Jobpoints15. Ja, dein Scheiß. Was kann man mit den Jobpoints denn machen, bitte? Ja, keep your mind. Das sind eure Bestenliste, Alter. Oh, ich bin der 9. Bestenliste in Jobpoints. Nee, die sind auch, aber das ist halt für so Bestenlisten oder so. Yeah, Mission bestanden. Geile Scheiße. 15 Japan-Punkte. Und 3000 Dollars. Ja, da können wir uns jetzt wieder töten. Alter, ja. Dobi bringt so vor. Geil. Hey, 5 Kills. Tut mir leid, dass ich angefangen habe. Also, aus Versehen. Ja, dank dir bin ich ja nur einmal gestorben. Guck mal, ich bin hier, die Heide Trau ist am meisten verreckt. Ja, die Heide Trau ist zweimal gestorben. Aber alles in allem. Entschuldigung, das ist doch ein Bug hier jetzt. Die haben das, glaube ich, noch nicht gefixt. Doch, sie haben es mittlerweile gefixt. Früher konnte man hier vor dem Patch auf Wiederholung drücken und konnte das so oft machen und hat immer wieder das Geld gekriegt. Was können wir jetzt, Kinder? Fahrrad volleig Flügel, was ist das denn? Was ist denn, was ist denn, äh, Waldbrand? Die Fallschirmsprung könnten wir doch mal machen, oder? Minus trampeln durch ihren natürlichen Lebensraum. Ein bombastisches Fahrzeug-Deathmatch in den hügeligen Wäldern und Busch-Savann von Grey Chaparral. Panzerschlacht? Alter, lass das doch machen. Keine Ahnung, was es da war. Klick, klick, klick. Einer hat noch nicht gewohnt. Das ist ein Deathmatch, ne? Das wisst ihr? Oh nein. Ach, Leute, wollt ihr schon wieder, wollt ihr schon wieder losen? Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, weil das hatten wir ja echt letzte Folge zu Gemüge. Oh, stimmt. Hätten wir vielleicht, äh, Mist. Aber das ist Fahrzeug-Deathmatch, ne? Aber ich kann's klein machen, also, dass wir nur, okay, zehn Kills müssen wir machen. Machen wir nur fünf Minuten. Die Frage ist, verlieren wir da was? Nee, du kriegst auf jeden Fall nur Geld, außer halt deine Munition. Aber es ist Fahrzeug-Deathmatch, Leute. Ja, es ist was anderes, das stimmt. Na gut, dann schauen wir mal. Der Tobi stellt gerade noch ein. Ich, äh, bin gespannt. Ja, ich muss den Tobi einstellen, das heißt, es nix gut ist. Wertung 65 Prozent. Scheint den Spielern sehr zu gefallen. Erforderlicher Rang 10. So, Spiele Heideltraut. Deine Wette. Ich mach mal 200 Dollar. Wie der auf sich selbst wettet. Ja, ich... Komm, wir wetten alle auf Heideltraut und lassen uns umbringen. Ja, bitte. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber wahrscheinlich kriegen wir da gleich... Aber bei der Quote kriegen wir alles nur gleich wieder zurück. Wahrscheinlich. So, ich bin bereit zum Spielen. Ich auch. Tobi los. Ich werde euch alle platt machen. Nein. Ich werde euch alle umbringen, zerquetschen wie kleine Würmer. Die Ameisen. Ameisen. Damit kennt sich der Gronkh aus. Auf Ameisen. Alter, geil. Scheißen. Panzer-Shit, Alter. Boah, wie geil ist das denn? So ein dickes Rohr habe ich gerade auch. Ähm, was? Warte, freu dich nicht zu... Oh, Gott. Wette abgesucht. Wie fahre ich denn? Wie schieße ich denn? Alter. Wer schießt denn hier schon auf mich? Welcher Assi. Ah, der Tobi ist das. Boah, ich werde hier auch gerade schon beschossen. Alter, wer schießt denn da gerade auf mich? Yes! Geil. Ich konnte nicht mal wegfahren. Geil. Alter. Nein, Tobi hat mich vernichtet. Okay. Das war eine knappe Nummer. Shit. Willkommen bei Battlefield 4, Freunde. Ja, aber echt. Aber mit Gamepad, Alter. Aber es ist ein bisschen doof, dass man hintereinander startet. Das ist ja ein bisschen assi. Ja, voll. Weil die ballern sich ja immer dieselben. Ach nee, jetzt bin ich... Jetzt bin ich ganz anders. Alter, jetzt häng ich hier am Baum rum. Das gibt's doch gar nicht. Okay, warte mal. Was haltet ihr davon? Wir gehen alle auf Heideltraut. Keiner hat eine Chance gegen Tankman hier. Der bin ich gerade ein bisschen an World of Tanks, muss ich sagen. Alter, wieso schießt der denn nicht, verdammte Axt? Oh, den Kronk holen wir uns auf, Freunde. Yes. Oh, da kommt der nächste Panzer. Alter, ich fahre gegen den Baum. Super. Wo ist der Tobi? Da. Ah, das ist schon kaputter Panzer oder was? Ja, mit Tobi. Ach, geh weg mit dem B. Ah, komm. Oh, mein Panzer piept. Never, Alter. Playmessive hat Tobi Nator erschossen und Tobi Nator hat die Heideltraut erwischt. Ah, sehr gut. Sehr gut. Alter. Yeah. Kronk hat dich ausradiert. Aber wie geil das ist, muss ich echt mal sagen. Das macht echt voll Bock. Das finde ich gerade gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber das ist ein bisschen zu klumpig irgendwie. Ja, finde ich auch. Das ist echt zu klumpig. Also, das ist kein Panzerspiel einfach. Oh, was ist denn das? Ach, das ist deine Taktik, Tobi. Boah, ich kann mit dem Controller nicht umgehen gerade. Boah, das ist echt ein bisschen, das ist echt schwierig. Boah, krampfig wie Socke. Tobi Nator hat dich vernichtet. Was hat man denn noch Panzer geschützt? Ach, man hat nur die, okay, man hat nur die. Ich sehe nichts. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe beschossen. Hilfe, Hilfe. Nein, ich sehe nichts. Wenn man im Baum hängt, ist es echt extrem lästig. Sorry, Tobi. Oh, es geht wieder heiß für Sache hier, Leute. Oh, ich hänge im Baum fest. Shit. Was fährt denn da? Huf. Da fährt Playmassive. Wer kommt da angefahren? Alter. Alter, ey, ey, vergiss nicht. Oh, nein. Was? Oh, nein, ja, nein. Alter, wir haben es aber wirklich. Blöde, es hat bei James-Mode begonnen, geil. Nein, 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 nein. Jetzt hänge ich an Luft. Komm schon, komm schon. Was, ich habe keinen Kill dafür bekommen, weil ich den Kill abgezogen bekommen habe. Ja, ja, ja. Habe ich den Kill abgezogen bekommen. Wie krass ist das denn? Ja, wie ist das denn? Ja, weil ich habe einfach um Dennis geballt und da bin ich dann irgendwann selber explodiert, klarerweise. Ach so, das ist ja gemein. Ich habe keinen Fall dafür bekommen, das ist ja assi. Ja, ich meine, wenn du voreinander stehst, ballerst du doch mit so einem schönen. Wer ist das da vorne? Boah, ich bin fast tot. Ja, Tobi. Aber mein Panzer war schon übel gedamaged von Tobi. Ja, guck mal hier, zwei gegen einen. Mach den Sandmatch mit mir oder was? Ja, auf, komm. Alter, Vito-Skaletta, ich will nicht dein Freund sein. Ja, ist okay, Tobi, ne. Ist okay. Jetzt krieg. Scheiße, Tobi hatten. Nein, ich habe gegen einen Baum geschossen, das gibt es nicht. Ich sehe nur einen Baum, hilfst du. Ich habe auch den Baum, nein, nein. Alter. Ah, ihr Assis. Oh. Ihr Assis, ey, da kommt der Gong von hinten und schnappt ihn auch den Tobi. Wie so eine kleine Serviette, ey. So. Ich will nicht auf die Straße, geh weg. Alter, Vito-Skaletta, hör auf mit der Scheiße. Was ist denn los? Der edit mich die ganze Zeit als Freund und jetzt häng ich hier irgendwo drauf und komm nicht runter. Oh, Alter, Heideltraut ist so ein... Ja, ja, ja. Ja, ja. Yes. Habe ich dich auch vernichtet? Ne, ne? Nö. Du bist voll der Assgeier. Du kommst immer, wenn man irgendwo in einer Notlage steckt und ballerst nochmal rein. Man muss voll gucken, dass man nicht die kaputten Panzer erwischt, ne? Ja, ja, die sehen vor allem auch so heil aus, immer. In so einem Arsch. Oh, ich fahr schon wieder gegen den Baum. Nein. Oh, fuck, ey. Der Panzer kann auch... Oh, Alter. Ah, scheiße, das war's. Yes! Ja, ich hätte fighten sollen. Das war doof, gerade. Oh, nein. Das spießt vorbei. Alter, was war das denn? Tobi, ich hab dich gekillt und du mich, ne? Oder? Ja. Last man standing. Immerhin. Und wer hat wieder gewonnen, ladies and gentlemen? Und wer ist wieder der letzte, ladies and gentlemen? Natürlich wieder der Oberboss hier. Ey, ich hab nur acht Jahr beim Bunko bekommen. Ich hab zehn, immerhin. Alter. Oh, ich hab schon wieder genommen. Boah, nächstes Mal muss ich mich ja echt anstrengen. Geil, das zweite Team Deathmatch hintereinander. Hier, nochmal extra für euch, guck. Oh. Aus der kleinen Nudel kommt ja nichts raus. Haha. Wieso? Boah, ich war echt schlecht. Boah, Mann. Hier, wir gucken mal. Tobi Naiter hat 5 zu 6. Gronkh, die hat 4 zu 4. Boah, Alter, Heide 3.000 Dollar, Alter. Die ziehen mal ihm. Yeah. Scheiße. Ich mein, hab ich jetzt 6.000 auf dem Konto. Toll. So, was machen wir denn als nächstes? Was machen wir als nächstes? Ich fände ja Falschmsprung ganz lustig, aber das hatten wir erst, ne? Vor ein paar Folgen. Mhm. Und was ist Schrott und Knochen oder was ist Industrie? Also das mit dem Panzer fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lame. Nee, war nicht so geil, fand ich. So ein bisschen so, also das ist halt ganz lustig, kann man mal machen, aber das war's dann, glaube ich. Was ist denn, bildet dir deine Meinung über die Auswirkung der globalen Erwärmung? Fallschirmsprung, Fallschirmsprung. Ja, Windkraft, okay. Was ist, was ist, Überlebenskampf hört sich doch echt cool an. Schrott und Knochen. Meth-Dealer sind aggressiv und unbrechenbar. Überlebenskampf, lass Schrott und Knochen machen. Okay. Ja, da gibt's echt viel Kohle für. Ja. Okay. Aber echt viel Kohle für heißt natürlich, wir müssen das hinkriegen auch, ne? Ist das jetzt Koop oder? Ja, wir haben doch den Dennis dabei, der macht das schon. Ja, wir lassen Dennis alleine spielen und kriegen alle Kohle. Dennis, super. So, erstmal wieder Schusskauf. Warte mal, ganz kurz ne Frage, Leute. Ist das jetzt ne Koop-Mission? Ja, ich glaube schon. Wir müssen gegen, ne, wir müssen doch gegen Meth-Leute da, äh, angehen, oder? Ne, das ist doch das mit den Wellen. Oh, erforderlicher Rang 15 übrigens, wollte ich nochmal sagen. Alter, du bist neun. Okay, lest doch mal vor, worum es geht. Wir kriegen das noch so hin. Meth-Dealer sind aggressiv und unberechenbar, besonders wenn du unangemeldet auf ihrem Gebiet aufkreuzt und dieses Gebiet auch noch ein Schrottplatz draußen in der Senora-Wüste ist, wo es meilenweit keine Zeugen gibt. Bereite dich auf mehrere Angriffe vor, von denen jeder heftiger sein wird als der vorherige. Oh je, oh je, das klingt aber fies. Dios mioz. Ja, dann stammen wir das Ganze mal. Tobi-Nator ist der Host. Alle bereit? Let's go. Ja, Tobi, 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 Schmobi. Mobi, alter, Mobi. Tobi, Flubi, Tobi, Mobi. War das nicht mal, war das nicht mal eine Musikgruppe? Ja, so ein Typ mit Glatze. Mobi, ja genau. Oh, ich bin jetzt mal gespannt. Und der hat ja auch ne Brille, oder? Es müssen mal so verschiedene Wellen einfach. Moppy, alter, jetzt ist der Moppy noch. Moppy passt nicht mehr zum Tobi. Alter, Mobi hat richtig geile Tracks teilweise. Das neue Album ist sehr chillig, haben wir ja schon gehört, wenn ich mich recht entsinne. Also, aber die alten sind natürlich unvergleichbar geil. Und was auch noch geil ist, ist Fatboy Slim damals gewesen, auf jeden Fall. Fatboy Slim war mega. Der war mega. Okay, überlebenskampf. Schrott und Knochen. Genau. Ich hoffe, wir zocken zusammen, Alter. Das wär endlich mal was Schönes hier. Boah, die Grafik ist einfach astrein. Also, ich steh hier mit Heideltraut. So. Okay. Wir sind alle wohl, ja, wir sind ein Team. Ey, das Taktiklicht für die Minigun ist doch eigentlich scheiße. Ey, lass uns mal bitte ne Stelle, lass doch mal hier irgendwo hingehen, wo man reingehen kann oder so, weil wenn sie jetzt von allen Seiten kommen, die kommen von überall. Die kommen von überall gleich. Okay, da muss einer die linke, einer die rechte, einer die... Da vorne ist doch was Geiles. Oh, guck mal hier, Playmessiv, hier ist ein schöner Busch. Oder hast du die Hose aufgemacht? Meinst du George Busch oder was? Ja, genau den. Ey, hier können wir auf den Schrottplatz gehen auch, Lungs, das ist geil. Hier rüber, komm mal hier rüber. Ist doch hier so ein Flughafen. Boah, hier ist super. Okay, mach dir die erste Welle bei mir. Minus 200 habe ich gerade irgendwie bekommen für irgendwas. Ich auch, ich auch. Aber warum? Ey, ich glaube, auf den Schrottplatz soll man gar nicht, ne? Da vorne lag gerade ein Medikit. Okay, vier, drei, zwei, eins, go. Groß Neuer. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, bei mir gerade vollgebracht. Die kommen, du siehst sie auf der Karte unten gleich. Okay, okay. Da kommen sie, da kommen sie. Okay, die kommen alle vom Norden im Moment noch. Da kommt einer. Hab einen. Okay. Jetzt hänge ich hier der Tobi gerade rum. Alter, ich hänge hier. Follow mal dem Heidel. Dem Heidelbär. Ja, die sind ziemlich weit weg, also. Da kommt einer, da kommt einer. Jetzt pass auf, Jungs. Ach, Alter, ich kriege den von dir aus nicht. Was machst du denn da? Boah, da kommen jetzt ganz viele. Jetzt geht es gleich los. Komm mal mit, kommt mal mit hier rüber, hier rüber, hier rüber. Ja, 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 guter Plan. Gar nicht gut, das ist zu spät eigentlich schon. Ich hoffe, ich bin hier nicht zu open. Ich bleibe hier drüben. So, ein Mann down. Nein, die andere Seite. Noch einer down. Noch einer down. Pass auf, da kommt John Rambo. John Rambo kommt jetzt. Noch einer down. Und noch einer down. Oh Mann, und ich habe hier riesige Probleme. Ich bin voll verletzt. Ich bin fast tot. Was? Ja. Geh in Deckung. Geh immer in Deckung. Geh immer in Deckung. Ja, wie soll ich das, wenn ihr einfach alle da rüberlauft? Ah, von der Seite. Von der anderen Seite. Ich war voll hinten noch. Ach du Scheiße, Alter. Einen habe ich erledigt, Leute. Einen habe ich erledigt. Da vorne. Der ist auch weg. Oh mein Gott, jetzt von der anderen Seite. Aufgepasst. Nachladen. Was soll ich denn da? Alter. Okay, ich bin gleich tot. Alter, ich habe noch nicht einen abgeschossen. Verdammte Hacke. Oh Mann. Das ist aber Novelle 1, Jungs, ne? Das ist das Geile. Das ist Novelle 1, ja. Hat jemand eine Granate? Alter, guck mal auf die Karte. Guck mal bitte aufs Radar. Alter. Das kann ja heiter werden. Alter, jetzt sind meine Deckung weg, weil der Sarri da hockt. Okay, jetzt räumen wir hier schön auf. Nee, du musst wieder zurück in die Deckung gehen, wenn du aufstehst hier an der Ecke. Nee, eigentlich nicht. Das muss ich gerade die ganze Zeit nicht. Das muss ich erst, seitdem ich da einen hübschen Hintern an der Tonne habe. Erledigt. So, nachladen. Nicht vergessen. Erledigt. Erste Welle ist reich. Es kommt noch einer. Erledigt. Super. Kann man die Waffen von denen aufnehmen? Wenn er eins überlebt. Wenn er Erdball. Nee, ihr müsst jetzt ganz schnell. 24 Kills. 24 Kills, geil. Ich habe einen, wow. Boah, der Gunk 12. Ja, ich muss da auch von da hinten. Ihr seid einfach da rüber gelaufen. So, die Frage ist. Ihr müsst jetzt schnell zu den Medikits und zu den Munitionspäckchen und sowas. Ja, ich brauche jetzt kein Medikit. Hier liegt eins. Ich muss hier rüber. Wir haben nur noch 10 Sekunden, ne? So, die Frage ist, von wo die kommen jetzt als nächstes. Ja, ja. Lass mal wieder zusammenbleiben. Lass zusammenbleiben, Leute. Aber hier ist auch ziemlich behindert. Wollen wir nicht lieber in das Flugzeug rein? Die Tonne war doch super gerade. Ja, aber die kommen ja von allen Seiten, ne? Nee, die Tonne war nicht so cool. Was ist denn hier mit dem Flugzeug? Ja, weil du dich da vorne hinsteigen kannst, aber die anderen alle nicht. Was ist denn hier, Leute? Guck mal hier. Ich kann gerade mal hier in diese Lagerhalle. So, Vorsicht. Von hinten kommt gleich noch einer. Oh, die Lagerhalle ist eine ganz schlechte Nummer. So, der ist down. Von hinten kommen gleich einer angekrauchelt irgendwo. Hier kommen gleich ganz viele. Seid ihr bereit, Jungs? Ja, ja, es geht schon los hier. Wir haben schon da Highlight. Ja, ich meine ja, aber die kommen jetzt. Alter, hinter uns. Da haben wir so viele Pirelli-Nudeln. Die watscheln da rum wegen mir oder was? Warte mal. Wer ist denn da ganz vorne alleine in der Action? Ich. Oh, fuck it, Alter. Ich kann nicht da nicht alleine. Du bist in der Händerte Position. Oh nein, jetzt hänge ich hier an der Leiter fest. Wie scheiße ist das denn, bitte? Danke. Da kam gerade ein dicker Clip noch um die Ecke. Alter, ich kriege hier gar nichts gebacken, Leute. Okay, der ist weg. Ich glaube, der Tobi macht die Rade. Ich helfe hier. Ich helfe hier. Ich helfe hier. Boah, geht das ab hier. Wer ist denn da in der Lagerhalle? Ich. Ich bin alleine hier. Alter, bist du verrückt. Komm zurück. Okay, guck mal. Ja, ich bin da. Die Welle 2 haben wir zur Hälfte geschafft. Ich gebe dem Gronkhmeier Unterstützung hier. Die Penner. So, warte, da hinten kommt noch einer. Irgendwo was fällt. Ja, wir haben aber, guck mal, unten Welle 2 ist erst mal die Hälfte. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sterbe. Komm zurück, komm zurück. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, Alter, das war knapp. Von hinten kommen auch noch welche. Jetzt muss ich wieder auf die Mikro wechseln. Okay, ich kann die gerne helfen. Okay, die kommen alle da rein. Aber wir müssen dann in eine andere Deckung, Heidi. Warte, warte, einen habe ich noch. Vorsicht, ich komme rein, das bin ich. Sehr schön, dass du dich richtig gut gemacht hast. Andere Seite, andere Seite, pass auf. Scheiße, ich muss den Alar an. Erledigt. Ganz knappe Nummer. Da kommen auch noch welche da vorne. Boah, was ist denn das hier für eine geile Waffe? Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Der muss da sein. Was ist denn erledigt? Die kommt durch die Lagerhalle, Jungs. Die kommt durch die Lagerhalle. Sehr gut, Tom. Scheiße. So, das waren die Herrschaften hier hinten. Und einer ist noch übrig. Ja, wer holt sich den Letzten? Boah, das haben wir aber geil gemacht, ohne Scheiß. Das ging jetzt echt gut ab. So, wo ist der Letzte, Alter? Der ist da hinten irgendwo. Wer holt sich den gerade? Ich sehe den blauen Punkt zu ihm laufen. Alle, glaube ich. Hey, der ist, pass auf. Oh, ich glaube, der hat mich gleich. Ach, hallo. Yes. Boah, das war knapp. Yeah. Welle zwei. Welle zwei. Ganz schnell, ganz schnell. Boah, killst insgesamt. Alter. Gut aufgeholt. Boah, ich musste echt da hinten hängen. Okay, los, schnell. Munition, alles, holt euch. Oh nein. Ich bin immer scheiße. Aber wie doof ist das denn, dass das Midi-Pack... Ach, das ist ja echt blöd. Das ist blöd, dass jeder nur ein Midi-Pack fängt. Hier ist noch eins, hier hinten ist noch eins. Hier hinten ist noch eins. Ja, ganz hinten ist noch eins. Ich habe mich schon zu feste geholt. Warte, 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 warte. Äh, zwei Sekunden, wohin? Problem ist, ich verteile mich immer so schnell auf, wenn... Bleibt in der Lagerhalle, bleibt in der Lagerhalle. Wir bleiben in der Lagerhalle und sicher. Hast du es? Ja. Ja, ja, ich habe es alle nahe... Boah, schon direkt da einen abbekommen. Alter, hoch. Warte mal, jetzt reicht es aber hier. Ach, von hinten kommen die auch. Scheiße, ich muss in die Lagerhalle. Ja, in die Lagerhalle ist am besten. Boah, ich bin heute nicht so pfiffig drauf irgendwie. Komm, zeig dich. Zeig dich, du Arsch. Ich habe die andere Seite. Okay, dann übernehme ich die hinten mit dem Tobi. Der hat mich gerade Hurnsohn genannt. Was? Der kennt ja dich persönlich, oder? Vor allem, ich bin kein Sohn. Boah, fuck it, Alter. Die kommen jetzt hier von vorne. Boah, wie krass das gerade abgeht. Ohne Scheiß. Entschuldigung. Der lebt noch. Vorsicht. Ah. Boah, ich habe gut einen abgewischt bekommen. Alter, habe ich eine Mini-Gang? Sehr schön, Jungs, sehr schön. Laden, laden nicht vergessen. Oh, 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 oh. Oh, da kommt ein Jeep oder sowas angefahren. Ja, da kommt ein Auto. Der ist bei mir hier drüben. Ich habe den aber. Ah, mich hat es erwischt. Scheiße. Nein. Bist du jetzt weg? Bin ich jetzt weg? Tobi? Ich weiß, ich glaube, du bist zu nirgern. Ja, das ist ja blöd. Oh, fuck, der Jeep. Geh mal rein. Alter, das wird jetzt aber echt heftig. Das ist ja echt heftig. Langsam bin ich auch ein bisschen damaged. Oh, Alter. Ich helfe dem Erik mal, Tobi, ne? Ja, ja, ich habe das für Glück. Okay, wir sehen jetzt gerade den Tobinator. Ich kommentiere das einfach mal hier. Rang erhöht, Hassler. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, 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 pass auf, Jungs. Der kommt doch gleich durch die Seitentür? Ne, die kommen alle vorne rein. Ja, jetzt, jetzt kriegt er Besuch. Ach, fuck. Lade nach, lade nach. Ich treib den, ich treib den ein bisschen zu. Oh, der kommt jetzt eh zu uns hier. Bam, 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 bam. Okay, super. Super. Den haben wir erledigt. Ne, der andere hat noch was. Ah, ne, es sind zwei. Jetzt nicht mehr. Ach so, okay. Yeah. Ich spawne jetzt zurück, wenn ihr pro Welle spawnt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Boah, Alter, 40 Kills, krass. Oh. Ich glaube, das geht bis Welle 20 oder so. Vielleicht schaffen wir das ja. Scheiße, ich muss voll weit laufen. Ich muss voll weit laufen. Ich renne da rüber. Ich schnack mir das hier hinten. Okay, ich bin bei Dennis. Du, wir brauchen mal ein bisschen Muni, wenn es geht. Kann mir jemand mal, ja. Ich bin bei dir, Dennis. Also, wenn du was. Acht Sekunden nur noch, Freunde. Du bist jetzt aber wieder dabei, Heidi, oder? Ich bin wieder dabei, Heidi. Okay, jetzt lass mal wieder in der Halle Lager treffen, ne? In der Halle, Halle, Lager, leh? In der Halle, 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 Halle. In der Halle, Lagerfeldhalle. So, geht's schon los? Was ist das denn hier eigentlich? Au, scheiße, ich. Und wie es losgeht. Ey, ein Treffer auf meine kugelsichere Schutzweste war komplett damaged. Boah, ich muss hier raus aus der Deckung. Geht nicht zu weit. Konk. Oh, oh. Das ist dein Tod. Ja, ja, ich fuhre zurück. Boah, Medikit, hinter dir. Bei Tobi. Vorsicht, da kommen welche in die Halle rein. Boah. Boah, krass. Ich muss mir das Medikit holen kurz, Tobi. Gibst du mir Feuerschutz? Ja, 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 ich bin hier. Okay, ich hab's. Nein, falsche Deckung. So, komm, hinter die Kisten, Alter. Auf der anderen Seite. Ja, der hat die falsche Deckung genommen. Lass die, lass die einfach alle rankommen. Okay, die kommen. Huf. Okay, ich bin sicher hier mit dem Tobi, er deckt auf der anderen Seite, oder wie? Ja, ja, ja. Lade mal nach. Oh, shit. Warte, warte, da kommt ein Helikopter. Da kommt ein Helikopter, Alter. Ja, jetzt kriegen wir richtig Probleme. Boah, das Lagerhaus ist aber eine super Nummer. Ja, das ist super, dass wir hier sind. Boah. Vorsicht, Tobi. Vorsicht, Koffer entziehen. Nee, ich bin hier gar nicht hin. Auf der einen Seite. Auf der einen Seite. Auf der einen Seite. Auf deiner Seite, Tobi. Okay, dann führst du zu, das ist gut. Und den übernehme ich jetzt. Alter, ich sehe da nur Spiralnudeln. Ich will nicht sagen, aber guck mal bitte nach unten links auf der Karte. Ja, ja, nur Spiralnudeln sehe ich da überall. Okay, bist du bereit? Spiralnudeln? Magst du die gerne? Sie sehen einfach so aus wie kleine Spiralnudeln. Boah, das ist so krass, aber super. Das ist jetzt so krass. Pass auf, da kommt jetzt voll die Welle. Alter, da kommen drei Leute. Der Erdball, komm ran. Yeah. Macht's gut, Jungs. War schön bei euch. Das ist echt gut. Oh Backe, oh Backe, oh Backe. Der will da durch den Schacht. Der kann nicht durch den Schacht erwischen. Alter. Macht den Platz. Sehr schön. Das schmeckt Männer. Oah. Haha. Sehr geil. Wie schlau die auch sind, ne? Ja, teilweise echt, muss man wirklich sagen. Kommt der da hinten durch die Tür? Kommt einer, Tobi. Warte, 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 warte. Ich gucke, dass sie nicht durch die Seitentür kommen. Ich bin tot. Ah nein, Tobi, war tot. Scheiße, Tobi. Shotgun, pass auf. Der hat eine Shotgun, pass auf. Der hat eine fette Shotgun in der Hand. Ich hab ihn erledigt. Den nächsten. Einen haben wir noch, Waddle. Ne. So, der ist weg. Einer ist gut. Okay. Ich muss das Sturmgewehr wechseln. Was ist mit dem Heli? Müssen wir den auch wegkriegen eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ja, dafür ist der Rocket Launcher, glaube ich. Da ist der Raketenwerfer. Hehehehe. Warte mal. Okay, Lungs, ich glaube. Ach du Scheiße. Scheiße. Der Heli erwischt uns. Der Heli ballert. Wir können nicht raus. Geht bloß nicht raus. Ja, ich bin gerade draußen. Nein, nein, der Heli kommt. Der hat mich gerade voll erwischt. Okay, okay, ich gehe rein. Ich gehe rein. So. Ja, ja. Da ist die Gegner aus. Also ein Soldat lebt noch und jetzt haben wir noch den Heli. Wir sind Heli nochmal erledigt. Eigentlich müsste jemand den Heli ablenken und der eine muss sich den Raketenwerfer holen. Ja, dann müssen wir mit dem Auto oder so. Wo ist der Raketenwerfer? Ich sehe den. Ach, da hinten. Ach, du heilige Scheiße. Vor, vor, vor. Geh in Deckung. Komm. Ich sehe dich, Freund. Scheiße, ich sehe den. Ich kann ihn nicht erwischen. Fuck, der Heli ist hinter mir. Der wirft. So, der ist weg. Ich glaube, ich bin so fast von tot. Ohne Scheiß. Wo ist der Heli denn? Ich kann nicht rausrennen. Eintreffer. Der ist genau über der Halle vor uns. Das heißt, genau da, wo du stehst. Alter, geh nicht raus. Geh nicht raus. Geh aus der Minimap. Siehst du den? Ja. Wir müssen diesen Rocket Launcher holen. Okay. Du kannst ihn ab. Guck mal, der gränt schon. Ich habe einen abgeknallt. Ich habe einen abgeknallt. Ich bin gerade am Heli. Ah, mich hat es erwischt. Passt auf, Junge. Scheiße. Ich renne. Ball auf den Heli. Ball auf den Heli. Ich bin gerade mit dem Rocket Launcher. Nein, nein, nein. Knallt die Soldaten an den Geschützen ab. Knallt die Soldaten an den Geschützen ab. Wo ist das Teil? Boah, ich... Ja, fuck. Okay, Walle, du bist der Letzte, der überlebt. Der hat mich auch erwischt. Ich kann nicht zielen mit dem Gamepad. Fuck it. Fuck, ich muss raus. Nein! Ich habe die Transfer aus Grat bekommen. Scheiße. Schade. Das war so geil, Alter. Können wir das wiederholen? Welle 4, 2400. War die letzte Welle, glaube ich, ne? Boah, das müssen wir ohne Scheiß in der nächsten Folge nochmal probieren. Das war so geil. Das müssen wir in der nächsten Folge nochmal probieren. Das war eine richtig schöne Herausforderung, Fanny. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder für Wiederholungen in der nächsten Folge. Ja, macht Spaß auf jeden Fall auch. Bis dahin, ciao. Tschüss. Bye, bye. Also der Überlebenskampf, das war jetzt mal richtig geil, Fanny. Hat richtige Laune gemacht. Das Panzerspiel eher weniger, ne? Vor allen Dingen auch mal endlich so schön Team-Action. Hat auch mal echt Spaß gemacht, mit euch zusammenzuspielen und nicht sich gegenseitig immer nur wegzubalern die ganze Zeit. Das ist auch mal was Neues. Genau, machen wir in der nächsten Folge nochmal, ne? Drückt uns die Daumen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.